Hallo, in diesem Video geht es um die Reflexivpronomen. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns unterstützen möchtest, abonniere einfach unseren Kanal. Dieses Lernvideo steht auch als Digital Educational Resource zur Verfügung. Das Reflexivpronomen ist ein rückbezügliches Fürwort. Es bezieht sich also auf das Subjekt des Satzes bzw. auf ein vorher genanntes Nomen. Wie die Infografik zeigt, gibt es zu jedem Personalpronomen ein Reflexivpronomen. Gebildet werden diese mit den Endungen self für den Singular und selfs für den Plural. Bei den Reflexivpronomen muss beachtet werden, dass die Betonung auf der zweiten Silbe liegt. Ebenfalls muss beachtet werden, dass wenn man eine wechselseitige Beziehung zwischen zwei oder mehreren Personen ausdrücken möchte, anstatt des Reflexivpronomens each other benutzt. Die beiden Beispielsätze sollen dies verdeutlichen. I hurt myself. Ich habe mich selbst verletzt. In diesem Beispiel wird ein Reflexivpronomen verwendet, Subjekt und Objekt beziehen sich auf dieselbe Person. Der zweite Beispielsatz lautet You heard me. Du hast mich verletzt. In diesem Satz bezieht sich das Objekt nicht auf das Subjekt und ist somit nicht rückbezüglich. Zwei Redewendungen solltest du dir merken. Enjoy yourself. Was übersetzt viel Spaß bedeutet. Die zweite Wendung lautet Help yourself. Bediene dich. Ebenfalls muss beachtet werden, dass wenn man eine wechselseitige Beziehung zwischen zwei oder mehreren Personen ausdrücken möchte, anstatt des Reflexivpronomens each other benutzt. Bob und Liz helfen sich also gegenseitig bei ihren Hausaufgaben. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Reflexivpronomen beziehen sich auf das Subjekt des Satzes bzw. auf ein vorher genanntes Nomen. Zu jedem Personalpronomen gibt es ein Reflexivpronomen. Gebildet werden diese mit den Endungen, self für den Singular bzw. selbst für den Plural. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns und wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen, dann schau doch in unsere verschiedenen Videokategorien. Dieses Lernvideo steht auch als Digital Educational Resource zur Verfügung. Der Vorteil der Animation ist, dass du den Inhalt an deine individuellen Wünsche anpassen kannst. Im Google Play Store steht dir unsere App zum kostenlosen Download zur Verfügung.